Hallo liebe Freunde, Willkommen bei ludkerminthwinter.de Für heute Onlinebestellung über Paypal Ich hatte ja schon mal über Element 5 bestellt und jetzt zeige ich dir mal wie man über Paypal bestellt Als man seinen Online-Shop in Paypal aufbaut Jetzt mache ich mal eine Bestellung Ich bin bereit Hallo liebe Leute, grüß euch, ich mache mir die Uhr stellen Ich bin gedacht ich über 15 Minuten und in Schwierigkeiten bei Youtube So, und jetzt wollte ich zeigen wie ich online bestelle, wenn ich Paypal bezahle Auf dem Shop Und zwar wollte ich mir da Screencast-O-Matic mal gucken Screencast-O-Matic unterladen Das kostet 15 Euro im Jahr und ist ein Bildschirmaufnahmenprogramm Und jetzt zeige ich mal die Bestellung Von vorne, jetzt muss ich überlegen auf der Seite wo das war mit der Bestellung Ich weiß jetzt, hier war ein bisschen versteckt Da, Gopo Da ist Paypal bestellt, 15 Euro im Jahr oder 30 Euro in 3 Jahren Da ist dieser Paypal Da ist dieser Paypal-Button Das ist ja mit Paypal verbunden, das ist so ein Shop Da zieht man drauf Das betet den Dollar Und jeden Euro, dann sind es nicht 15 Euro Und hier sagt er 15 Dollar So, jetzt nehme ich schon mein Name, jetzt muss ich noch mein Passwort eingeben Für mein Paypal-Konto als Locking Und das ist 15 Dollar, wo ich das ungerechtig in Euro und 21 Euro Und da kann man noch was ändern Ich buch's ja dann in den Inseln Und jetzt muss ich mal ein Buchstein einlösen Und jetzt geht man schon da oben oder unten auf Jetzt bezahlen Vielen Dank für die Bestellung Sicherheitswarnung Ich muss aber fortsetzen Vielen Dank für die Bestellung Was ist jetzt passiert? Hier ist schon 11 Minuten zu lange Jetzt komme ich automatisch zurück Ich hoffe, dass er mir jetzt was sagt Please wait a while I can't do this game automatic I'll count with inner snow setter with bow Und jetzt habe ich den bow ist leider ein Englisch gesagt und weiß nicht ob der auf Deutsch geht oder ist einfach als Englisch Wenn man jetzt auch mal hier drauf drückt dann hätte ich jetzt zehn Minuten Das ist eigentlich gut Wenn ich es drauf drücke, nimmt er den Bildschirm auf. Wie das andere Programm, das fällt mir grad nicht ein. Das kostet 200€. Ich kann es mal sehen. Jetzt bin ich schon... Das war praktisch schon eine Bestellung. Ich gebe nochmal das Fenster zu. Das war jetzt die Paypal Bestellung. Ich gucke mal in meine E-Mail. Da muss ja eigentlich eine E-Mail gekommen sein. Service Paypal, ja. Bestätigen wir Zahlungen. Service Paypal. Der wird im Winter. Sie haben die Zahlung von 15$ gesendet. Beschreibungen. Automatik. Die Zahlung. Ne, hat alles geklappt. Nichts. Niemals einfach. Ich bin ein bisschen üblich gestört. Mir kann man jetzt gar nichts sagen. Ich war auf Cleanside und Magic. Auch wenn ich gerne noch Pepe, muss ich mich einloggen. Einmal drauf drücken. Ich brauche da nichts mehr, keine Daten mehr eingeben. Das ist ja echt gut. Bloß Paypal würde Prozente haben. Bei jeder Bestellung. Das ist nicht umsonst. Und ich weiß nicht, ob man Paypal auch eine Rechnung kriegt. Das ist hier zwar so ähnlich wie eine Rechnung. Aber sie haben nur gestellt, dass sie die Prozession aufgrund der Angezeichnung wird. Was steht da noch? Händler. Mitleidung von denen. Sie haben keine Mitleidung. Eingegeben. Einmal auch auf den Alrightbogen gegen die Role. Ne, das war schon. Bestellung bei. Wenn man nicht Paypal, das ging ja so schnell und einfach. Da muss ich nochmal meine Werbung machen. Ich könnte jetzt gerade in den Urlaub gehen. Hab ich noch Zeit, mal gucken was sagt das Video? Also in 5, 6 Minuten schon bestellt. Zwischen habe ich noch nie bestellt. Und dauert es 15 Minuten, 30 Minuten, wenn ich bestelle mit Digital River, Element 5 heißt das ja, oder Digistore. Und ist ja echt gut. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was zu erzählen. So könnt ihr euren Online-Shop aufbauen, bezahlen auf Rechnung, bezahlen mit Paypal, fast jeder hat ein Paypal-Konto. Ich hatte da jetzt noch 100 Euro drauf auf ein Paypal-Konto, deswegen konnte ich es auch sofort bezahlen. So schnell habe ich nur nie bestellt. Und so könnt ihr euren Online-Shop aufbauen, verlinkt das mit Paypal und der Kunde lockt sich ein, bezahlt. Ist super. Jetzt habe ich es mal mit Paypal schon gekauft, aber ich musste noch mal einen Online-Shop aufbauen und dann mit Paypal verlinken. Und wie das funktioniert, wenn ich das kann, dann zeige ich euch ja, dass ihr den eigenen Online-Shop aufbauen könnt. Okay, ciao, kakao und gewinnt ja.